Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus Spektrum Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Jawohl, und das wollen wir natürlich auch wie gewohnt tun. Und heute wenden wir uns langsam aber sicher dem Ende unserer Wahrnehmungsverarbeitungsreise zu, würde ich mal behaupten. Kann man so nennen, glaube ich. Und wir haben viele wahrnehmungsverarbeitende Apparate schon besprochen und uns ganz viel mit Wahrnehmungsthemen beschäftigt. Und ja, heute sind wir bei dem vorletzten dieser Themen angekommen. Und zwar geht es heute um die taktile Wahrnehmung. Und die taktile Wahrnehmung, die findet ja hauptsächlich über die Haut statt. Und ja, die Haut ist ja gar nicht so ganz unwichtig, denn sie ist ja bekannterweise unser größtes Organ, hat also tatsächlich ganz viel Resonanz über unseren ganzen Körper, die da spürbar ist, wenn wir uns mit der Haut beschäftigen. Und die Haut kommuniziert sehr gut mit sich selber. Das heißt, dass wir in alle Bereiche unseres Körpers oder unserer Außenhülle, könnte man ja sagen, auch Resonanzen erfahren, wenn wir an einer anderen Stelle irgendwas in Richtung Wahrnehmungsreiz hinzufügen. Ja, und wie immer reden wir heute auch darüber, dass autistische Menschen oft über- oder unterempfindlich sind in der Wahrnehmungsverarbeitung. Und das wollen wir uns heute natürlich auch wieder aufgeteilt angucken. Und wir starten heute mit der Überempfindlichkeit. Und das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Und ich erzähle euch mal ein bisschen dazu, was so die Symptome und Verhaltensweisen sind, die dazu passen. Also woran man erkennt, dass Menschen in der taktilen Wahrnehmungsverarbeitung überempfindlich sind. Und da gibt es so ganz klassische Beispiele, die man von autistischen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen natürlich kennt. Und das ist eine sehr starke Reaktion auf Berührung. Das heißt, Menschen, die hier überempfindlich sind, die nehmen natürlich Reize viel, viel intensiver wahr als Menschen, die hier durchschnittlich in der Wahrnehmung unterwegs sind oder vielleicht sogar unterempfindlich. Da kommen wir heute auch noch zu. Und ja, wie äußert sich das? Ganz einfach. Die Menschen reagieren auf Berührung oft sehr empfindlich. Und das kann sich so weit entwickeln, dass sich das tatsächlich in einen Schmerzreiz umwandelt. Das heißt, dass ein ganz klassisches Hand auf den Arm legen oder Hand geben dazu führt, dass die Menschen tatsächlich Schmerzen empfinden. Und das ist natürlich schon eine sehr unangenehme Wahrnehmungsreaktion. Und deswegen gilt es hier auch tatsächlich wieder ein bisschen vorsichtig zu sein. Ja, und das erkennt ihr daran, dass Menschen, die hier überempfindlich sind, oft in so Wahrnehmungsvermeidungsverhalten gehen. Das heißt, sie gucken, dass sie Menschen auch gar nicht so unglaublich nahe kommen. Und sie wissen, dass bestimmte Menschen dazu tendieren, zum Beispiel viel zu berühren. Also da würde mir jetzt einfallen, in so Familienkontext, die Oma, die noch nicht so ein gutes Gefühl für die autistische Seite jetzt des Enkelkindes entwickelt hat oder entwickeln konnte oder vielleicht noch nicht so ein Verständnis hat. Oder ganz intuitiv einfach auch viel umarmt und kuschelt und berührt. Und da kann es sein, dass die Kinder wissen, dass Oma das nicht so gut unter Kontrolle hat und dann gucken, dass sie nicht so nah an Oma dran sitzen und auch in der Lage sind, diese Berührung zu vermeiden. Ein besonderer Störenfried im Bereich der Überempfindlichkeit sind Kleidungsstücke. Und das bedeutet insbesondere, dass verschiedene Texturmuster oder Strukturen, Mischgewebe oder auch einzelne Gewebe sich halt auf der Haut nicht besonders gut anfühlen, kratzen oder auch sonst ein unangenehmes Gefühl erzeugen. Und deswegen kommt es dann dazu, dass Kinder zum Beispiel oft dazu tendieren, keine Kleidung tragen zu wollen. Oder die ziehen die immer aus, wenn sie zu Hause sind oder vielleicht auch sogar in der Kita und machen ganz deutlich, sie wollen keine Kleidung tragen. Dann liegt es oft daran, dass da Nähte oder Etiketten eine besonders schmerzhafte Wirkung haben auf die taktile Wahrnehmung. Und deswegen die Kinder immer versuchen, diese Kleidungsstücke von sich fernzuhalten oder abzustreifen. Was kann man da tun? Ja, da gibt es relativ gute Möglichkeiten. Man kann ein bisschen rumtesten, welche Gewebe für das Kind gut sind oder auch natürlich für Erwachsene gilt das. Und dann einfach so ein bisschen das Kleidungseinkaufsverhalten darauf anzupassen, wäre eine gute Möglichkeit. Manchmal reicht es auch schon, wenn man Kleidungsstücke nach links dreht oder auf links dreht. Denn in vielen Fällen ist es so, dass die Nähte, wenn sie außen besonders schmal und unauffällig sind, sind sie innen im Kleidungsstück besonders dick. Und ja, dementsprechend macht es schon manchmal ganz viel positive Energie aus, wenn man das Ganze einfach mal auf links dreht. Und das werdet ihr dann auch auf jeden Fall an den Reaktionen eurer Kinder merken. Ja, dann ist ein Bereich, der auch hier relativ auffällig ist, ist halt die Temperaturwahrnehmung. Aber dazu habe ich euch ja auch schon ein Video auf YouTube gemacht. Und da haben wir uns schon auf jeden Fall drüber unterhalten auch. Oder ich habe euch da was drüber erzählt. Das wäre ja viel korrekter. Und ja, also das können wir ja in einem Satz nochmal kurz sagen. So, dass halt so mittelmäßige Temperaturen 25 Grad schon als heiß empfunden werden. Und für Kälte kann das natürlich auch gelten. Also das heißt, das weiß ich nicht, ab 10 Grad die Kinder sagen, es ist so kalt, ich brauche jetzt eine Winterjacke oder sowas. Ja, oder bei 15 Grad wäre vielleicht noch ein bisschen realistischer für meine Argumentation hier jetzt. Dann gibt es so Auffälligkeiten, wie zum Beispiel, dass Kinder behaupten, sie würden Schmerzen empfinden beim Haareschneiden oder Haare kämmen. Und das hängt natürlich nicht mit den Haaren zusammen, sondern die Wahrnehmung, die da jetzt einfach diese Idee entwickelt, ist die Wahrnehmung der Kopfhaut. Also die Kopfhaut ist hier besonders sensibel. Und wenn man darüber kämmt, dann kann das schon mal sehr schnell sehr schmerzhaft für die Kinder sein. Und ja, deswegen ist es so, dass viele, viele Dinge wie Berührung und so und natürlich auch Prozesse, die die Körperpflege angehen, da gibt es ja auch viele Beispiele, so gut vermieden werden wie möglich. Und es kann auch sein, dass Kinder oder auch Jugendliche und Erwachsene will ich ja nicht ausschließen, auch Angst haben vor bestimmten Settings. Also wenn sie wissen, ich möchte nicht in der Bahn fahren, weil ich da einfach immer berührt werde oder eine S-Bahn oder so, weil ich da immer Schulter an Schulter mit irgendwelchen Menschen stehe. Und das kann dann durchaus dazu führen, dass die Menschen sagen, nee, ich meide solche Plätze. Ja, das zur Überempfindlichkeit und wir wechseln natürlich auch weiter in die Unterempfindlichkeit. Und Unterempfindlichkeit, ja, das habt ihr ja so langsam wahrscheinlich auch schon so ein bisschen selbst erkannt, bedeutet immer, dass einfach Wahrnehmungsreize viel zu gedämpft wahrgenommen werden. Und dadurch dann die Menschen auf die Idee kommen, diese Reize irgendwie hochzubekommen, also quasi besonders intensive Reize selber zu provozieren, damit sie in eine gute Wahrnehmungsverarbeitung kommen können. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, und da sehen wir bei Kindern übrigens relativ schnell auch so Dinge wie, dass die Reaktion auf Schmerz nicht so stimmt. Also, dass sie dann das Gefühl hat, die Kinder empfinden irgendwie gar nicht so richtig Schmerzen auf der Haut, wenn sie Sonnenbrand haben oder eine Schörfwunde oder sowas, dass sie da relativ unbeeindruckt sind. Das kann schon ein ziemlich klares Indiz sein, dass hier eine Wahrnehmungsbesonderheit in die Richtung aufgetreten ist. Oder es gibt mangelnde Empfindlichkeit gegenüber Hitze oder Kälte. Das wiederum bedeutet, die Kinder legen zum Beispiel die Hand auf die Herdplatte und merken gar nicht, dass die heiß ist. Also sind wir hier wieder im großen Gefahrenpotenzial. Denn ob man was wahrnimmt oder nicht, ist ja nur die Verarbeitungsweise im Gehirn. Der Körper reagiert natürlich mechanisch ganz normal auf diese Beanspruchung. Das bedeutet, wenn ein Kind jetzt keine Kälte empfindet und deswegen barfuß durch den Schnee läuft, dann bekommt das Kind natürlich trotzdem Erfrierung. Oder auch das gilt natürlich für Erwachsene ebenso. Ja, und was hier auch ganz klar ein Fall sein kann, ist, dass die Menschen halt nicht diese besondere Sensibilität auf Kleidungsstücke irgendwie ausleben, sondern dass sie vielleicht sagen, ich mag besonders enge Kleidungsstücke, also enge Jeans oder irgendwelche Rollkragenpullis, die immer Druck auf den Hals auslösen. Das kann durchaus auch wieder hier ein Zeichen dafür sein, dass die Menschen ein bisschen Druck auf dem Körper bekommen. Und das gilt auch für andere Berührungen. Nämlich könnte es sein, dass die Kinder immer von den Eltern verlangen, dass sie besonders gedrückt werden wollen. Also ganz stark, also fast schon in den Schwitzkasten, wie wir in Norddeutschland sagen, genommen werden wollen. Also so, dass immer ganz viel Druck auf dem Körper liegt. Oder sie sorgen selber für Drucksituationen, indem sie sich unter irgendwelche Matten legen oder in besonders enge Truhen oder sowas legen, so dass sie ganz viel Druck auf den Körper bekommen können, wenn sie das wollen. Und für diese Kinder bieten sich natürlich auch so Sanddecken und sowas an. Das führt oft dazu, dass sie viel, viel besser einschlafen können und dann auch besser durchschlafen, wenn sie ein bisschen Druck auf dem Körper haben. Ja, und das sind so die klassischen Beispiele dafür jetzt in der Untersensibilität. Und hier muss man halt aufpassen, dass nicht die Kinder ständig auf die Idee kommen, sich selber irgendwelche Impulse zu setzen, weil das kann natürlich auch gefährlich sein. Vor allen Dingen, wenn ich so an Dinge wie Hitze oder Kälte denke, also bei Hitze irgendwie so lange Druck auszuüben, bis ich merke auf der Haut, dass da jetzt irgendwie was passiert, dann kann es auch schon in Bezug auf eine Verbrennung zu spät sein. Das heißt, wie immer, könnte man ja fast zusammenfassend sagen, ist es so, achtet drauf, dass überempfindliche Menschen so ein bisschen vorsichtig behandelt werden, dass die einfach nicht ständig berührt werden, dass man auch auf Kleidungsstücke und sowas ein bisschen achtet und darauf achtet, dass die halt kein Interesse haben, in einem gefüllten Raum und einem gefüllten Bus oder sowas zu stehen, sondern hier eher in Vermeidungsverhalten gehen. Bei unterempfindlichen Menschen gibt es natürlich hier wieder das Gefährdungspotenzial, denn es kann ja durchaus sein, dass die Reize bewusst ausgelöst werden, um halt bestimmte Wahrnehmungen dann auch künstlich zu generieren. Ja, das heißt, wie immer, Beobachtung ist eine ganz wichtige Geschichte und dann entwickelt ihr schon relativ schnell ein gutes Gefühl für eure autistischen Mitmenschen, denn die werden relativ deutlich zeigen, in welche Richtung sie tendieren. Man muss es dann bloß richtig beobachtet haben. Ja, und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt mal alleine. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.